Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück hier bei Hero of the Kingdom of the Lost Tales 1. Ich habe heimlich zwischen den Folgen noch so sechs, sieben Mal hier übernachtet, einfach weil es nicht wahnsinnig spannend ist und weil ich dachte, hey, dann haben wir ein bisschen Energie mehr und müssen halt nicht nach 30 Sekunden sofort wieder irgendwo pennen gehen. Ich habe leider total vergessen, was wir... achso, wir mussten... Wir können hier oben rein. Ich weiß nicht, ob wir da weit kommen. Wahrscheinlich nicht. Wenn es hier so eine spezielle Spinne gäbe, also zum Beispiel die, die hier den Dude umgehauen hat... Also wenn das nicht einfach die Standard große Spinne wäre, die mehrfach auftaucht, sondern quasi ein Unique-Gegner wäre, wäre ich hart versucht, sie zarg der Brenner zu nennen. Aber, ähm, Waffe... nee, nicht Waffe. Geben wir weg, hier will ich hin. Und dann gebt mir mal locker vier Fackeln. So, Zutaten verkaufen. Da können wir easy mal 20 Eier weckloppen. Hier können wir easy mal 20 Fische weckloppen. Und schon sind wir gar nicht mehr so arm. Okay, dann gehen wir wieder hier rein. Das ist also Flammenspinne. Zag, der Brenner würde sich halt total anbieten. Oh nein, wir haben den... Ah, okay. Natürlich. So, Gegengift aus Pilzen. Can we? Aber nicht viele. Aus Kräutern. Naja, das ist nicht die Welt, aber dann haben wir erstmal wieder ein paar. Ich befürchte, wir werden einfach dann noch ein paar Blumen. Ich sammle hier mal Scheiß. Wir kommen ja doch nicht drum rum. Oh, hier liegt noch ein Fass. Oh, wir praktisch. Warum greifen wir die Riesenspinne eigentlich mit dem Dolch an und nicht mit dem Schwert? Schau, was für eine Art Kreatur ist das? Deine Mutter, Junge. Ich treffe auf einen großen Troll. Er scheint Respekt vor Menschen zu haben. Ich würde sogar sagen, er hat Angst vor mir. Jaber in Bergen leben. Muss verstecken, wenn große Lurch kommen. Jaber wohnte ursprünglich in einer anderen Höhle. Diese wurde allerdings vom Drachen im Beschlag genommen. Jaber hungrig. Kann nicht gehen, wenn Sonne scheinen. Jaber hat total gelitten. Brauchte eine Menge Nahrung und Holz zum Überleben in dieser Höhle. Tagsüber kann er sie nicht verlassen. Ja, dann soll er halt Nachtholz holen. Ist doch nicht mein Problem. 20 Feuerholz und 20 Fische, ey. Als wenn wir keine anderen Sorgen hätten, zum scheiß Troll durchzufüttern. Okay, wie viel haben wir denn? Wir haben, wir brauchen vier Fische und fünf Feuerholz. Das ist ja alles noch irgendwie im Rahmen. Wenn wir irgendwo mal Holz fällen können. Na, das sieht doch ganz akzeptabel aus. Der Baum hier kann doch bestimmt gefällt werden. Warum ist hier eigentlich alles voll mit Hornissen? Warum haben wir denn keine Axt? Willkommen, junger Mann. Der Einsiedler lebt allein hier draußen in der Wildnis. Das ist das, was Einsiedler normalerweise so tun. Er kennt die Gegend sicher wie seine Westentasche und kann mir bestimmt verraten, wie ich in die Berge komme. Natürlich helfe ich dir, aber zuerst musst du mehr eingefallen tun. Der Einsiedler muss seine Vorräte auffüllen. Nein, das Meister kann nur in der Stadt gekauft werden. Ja, nee, ist klar. Wir schwimmen ja in Geld. Kein Ding. So, der braucht, Alter. Fünf davon auf jeden Fall. Ne, wir könnten hier halt auch Fisch für Jabir kaufen, aber Jabir? Ich sollte ja noch ein E reinpacken. Können wir Zutaten verkaufen? Nicht so. Also schon, aber nicht so. Äh, ich habe total vergessen, was sie brauchen. Questlog wäre total gut. Wir gehen hier einfach nochmal kurz hin. Oh, das ist total die falsche Ecke. Ups. Äh, hier wollte ich hin. So, du brauchst... Achso, Marmelade. Sag Bescheid, wenn ich irgendwie helfen kann. Ich berichte dem Einsiedler, dass der Bäcker aus der Stadt gern etwas von seiner berühmt-berüchtigten Marmelade hätte. Meine Marmelade? Man, die habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. In den Bergen wachsen mittlerweile nur noch wenige von den Beeren. Aber wenn ich welche finden sollte, wird der Einsiedler Marmelade für mich daraus kochen. Okay, wir brauchen eigentlich nur 10 Obst. Das sollte machbar sein. Und jetzt nicht gerade nur 2 runterkommen. Ja, moin. Sehr gut, warte einen Moment. Wow. Finde 10 Krebse. Krebse, Hummer, whatever. Äh, ich wollte 2 Äxte kaufen. Das war es auf jeden Fall. Naja, das geht aber tatsächlich hier vorne beim Werkzeugmogel, ne? Oh Gott. Dann wollte ich hier hingehen. Den verkappten Baum füllen. So, was brauchst du noch? 5 Brot. Ähm, hier. So, du kriegst erstmal deine Marmelade. Sehr gut. Du bist sehr geschickt. In was denn? Im Glas Marmelade tragen? Oder? 150. Okay, sweet. Dann... Kaufen wir mal 5 fucking Brote. Und sind praktisch schon wieder arm. Danke, Jungemann. Du hast mir sehr geholfen. Es gibt ja etwas, das ich brauche. Was? Ja, am Arsch. Nee. Du kannst mich mal, Alter. Glaube, es hackt, ey. Okay, wir brauchen also unfassbar viel gebratenen Fisch, weil wir für den Troll auch noch welche brauchen. Dann brauchen wir 5 Pasteten, 5 Heiltränke. Außerdem haben wir wahrscheinlich nur einen Dolch, oder? Ah, natürlich. Immer nur einen Dolch. Wait, warum haben wir denn nur eine Axt? Habe ich gerade zwei Echse gekauft? Wie viel? 49, okay. Ähm... Hier, Grottimer, Köln, Gnome. Wie viel Feuerholz brauchst du? 20. Okay, das heißt, wir können viermal pennen. Wo haben wir das? Ich sehe es nicht. Da. Viermal. Ja gut, dann... Machen wir das wohl. Also angesichts der Tatsache, dass ich weiß, was... Was da noch an Aufgaben an uns... Also auf uns zukommt. Weil ich ja schon quasi einmal durchgerusht bin. Ich frage mich, wo wir die ganze Kohle hernehmen sollen. Vielleicht müssen wir einfach mal massiv jagen. Vielleicht ist es das. Vielleicht sollten wir einfach... ...ein Batzen Pfeile kaufen. Und einfach mal ein paar Viecher umholzen. Vielleicht können wir die Felle eine... einigermaßen gut verkaufen. Ich weiß es nicht. Wehe, der Bogen geht kaputt. Da geht der Fuchs da hin. So, ich kann den ganzen Kram hier theoretisch mitnehmen. Aber das will ich im Moment nicht. Dafür ist mir meine Energie eigentlich zu schade. Hier ist nichts Neues gespawnt. Dann gehen wir mal kurz hier runter. Soweit... Okay, eigentlich wollte ich hier gar nicht unbedingt hin. Aber das ist jetzt auch nicht verkehrt. Eigentlich wollte ich einen höher. Aber... ...da müssen wir jetzt eh hin, weil wir keine Köder mehr haben. Cool. Gut, dann haben wir schon mal 20 Fisch gebraten. Das ist doch auch was. Okay, hier ist nichts nachgespawnt. Das ist ein bisschen unwünstig, aber okay. Hm... Ich habe erstmal die Ziege geplant. Hm... Also so richtig überzeugt bin ich noch nicht. Das war an den anderen Teilen auf jeden Fall deutlich entspannter. Ungoldener Fisch, nice. Nice. Da können wir ein bisschen Kohle mitmachen. Waren verkaufen. Nee. Wertgegenstände verkaufen. So rum. Der bringt nämlich locker mal 100 Flocken. Gute Sache. Gute Sache. So, dann können wir wahrscheinlich tatsächlich jetzt noch ein bisschen... Ähm... Ich muss da ja mal was gucken. Ich weiß schon wieder nicht mehr, was die alles brauchen. So, du brauchtest tatsächlich jetzt noch 5 Haltrinke und 5 von den Törtchen. Die kriegen wir wahrscheinlich sogar zusammen. Gebäck kaufen. 1, 2, 3, 4. Oh Gott, ist das teuer. Nee, so viel will ich gar nicht. 1, 2, 3, 4. Ach nein, das war total richtig. Ich... Idiot. Hätte einfach nur OK klicken müssen. Okay, so passt das. Dann haben wir 5 Stück zusammen. Das ist fein. Achso, die Tränke. Die roten waren es, ne? Ob ich das hier jetzt die falschen besorge. Okay. Dann gehen wir nochmal hier hin. Da Tränke aus Bären. Läuft. Ich mach da gleich nochmal mehr. Weil... Nur weil wir jetzt 5 Stück weggeben, heißt das nicht, dass wir danach keine mehr brauchen. So, dann gehen wir hier hingehen, wenn du jetzt noch was brauchst, ne? Dann ganz ehrlich, jetzt haben wir auch keinen Dolch mehr, ne? Zur Belohnung verrät mir der Einsiedler, wie ich in die Berge gelangen kann. Ich muss östlich von hier nach einem Hülleneingang ausschalten. Da, das ist ein Durchgang, der direkt ins Gebirge führt. Vorsicht, dort ist es sehr gefährlich. Alter, meine Faust ist gefährlich, wenn du mich noch um irgendwas bittest. Jetzt steige ich auf dein Dach und kack dir in den Schornstein, Jungen. Gieriger alter Lappen. Sehr gut, ich habe den Eingang einer Höhle entdeckt. Lass mich raten, ich brauche als erstes einen Dolch. Nein. Aber jetzt. Okay, was können wir denn mal verkaufen? Haben wir genug Fisch? Ne, ne? Also wir müssen, glaube ich, noch fünf beraten. Wir könnten eventuell im Lager der Lege hennen. Mal gucken, ob wir die Fälle verkaufen können. So, Fälle verkaufen. Die Fälle bringen ganz gut was. Okay, jagen ist in der Tat ganz nützlich. Äh, keine Ahnung, ob wir später noch Fälle brauchen, ehrlich gesagt. Deswegen verkaufe ich die gerade mal nicht alle. Aber das ist jetzt erstmal okay. Ähm, ich kann hier Fleisch kaufen. Okay. Ähm. Das sieht so nicht richtig aus. Ich glaube, das sollte ich den Entwicklern mal schicken. Wow. Okay. Ähm. Du brauchtest doch gleich was? 20 von den Fischis. Okay, die kriegen wir aber zusammen. Das ist jetzt nicht so das Problem. Also die müssen wir tatsächlich nur beraten. Die haben wir. Wir haben keine Pfeile mehr. Ist ja bedauerlich. Dann gehen wir doch erst nochmal hier hin. Braten Fisch. Braten wir nicht, weil wir kein Salz haben. Dann gehen wir zur Bäckerlady. Kaufen Salz. Ist das eigentlich Salz? Das könnte auch Mehl sein, ne? So. Fisch braten. Eins, zwei, drei. So, hätte ich einfach auf fünf gehen können. Na, egal. So, dann haben wir den gebratenen Fisch erledigt. Vielleicht... Wie viel Feuerholz haben wir? 21. Okay, das reicht. Irgendwas brauchte ich gerade noch von hier. Ich hab's vergessen. Pfeile. Der Einsiedler möchte einen speziellen magischen Trank haben, der ihn besser meditieren lässt. Alter, Junge. Ich geb dir gleich so richtig gut was zu trinken. Ich schiff dir in deinen scheiß Trank rein. Wo verrägst du da drin? Die Leute sind alle so faul und gierig. Weißt du? So, der will halt so einen Trank haben. Warum ist das mein Business? Hast du sowas? Wir sind halt kein Abenteurer. Wir sind halt ein scheiß Tagelöhner und Handlanger. Äh, nee, ich will eigentlich... Achso. Kann ich den hier kaufen? Nö, blauen Trank kriegen wir hier nicht. Dann muss ich vielleicht doch mal zu der Kräuter-Uschi. Zaubertrank. Zaubertrank. Ich werde dir gern helfen. So, und die brauchen jetzt diese blauen Pilze, ja? Aus den Bergen. Und 100 Gold. Na klar. So, rip die Ziege. Ähm, dann gehen wir... Nee, hier hin. Oh, ich hab da grad schon Pilze gesehen, tatsächlich. Ähm, und dann würde ich ganz gerne hier Trophäen verkaufen. Okay, das waren im Moment schon mal zwei. Das ist jetzt nicht so richtig viel. Hier sind welche gespawnt. Jabeer, achso, ja gut, das hatten wir alles. Jabeer, dankbar. Mensch, neben Glitzerdings. Jabeer gibt mir eine glänzende Röhre, die er im Wald... Ah, okay, der hat jetzt das Fernglas. Heißt sie. Können wir hier wenigstens den Müll durchsuchen? Nein.